jetzt wollen wir mal eine zeichnung von unserer baugruppe erstellen bei der baugruppen darstellung geht es ja nicht so sehr darum die abmaße darzustellen denn die hat man üblicherweise in den einzelteil zeichnen sondern mehr zum verständnis welches teil kommt wohin falls manche teile vielleicht ein bisschen ähnlich sind eventuell nach die gesamtabmaße mal als übersichten viele kleine teile können ja auch wieder mal ein großes teil ergeben und auch um die stückliste nachher dran zu bringen um zu sehen welche teile in dieser baugruppe alle vorhanden sind machen also genau das gleiche von unserer kompletten box gehen wir jetzt mal auf datei neu zeichnung des aktiven modelles und ich habe jetzt mal eine andere vorlage gewählt wo auch im zeichnungskopf potenziell ein bisschen mehr drin stehen könnte diesmal ist die hauptansicht direkt eine isometrische ansicht was für so eine baugruppe vielleicht gar nicht so schlecht ist dennoch möchten wir auch andere hauptansichten haben weil wir zum beispiel mal ein schnitt durchlegen möchten unseren schnitt durch so eine schräge dargestellte kiste ist ein bisschen schwierig aber nichtsdestotrotz wir probieren es mal damit und sagen wir möchten mal ein schnitt durch unsere box durch und der schnitt besteht üblicherweise aus zwei dingen einmal dem schnittverlauf der nur sagt wo würde ich dieses bauteil schneiden an welcher linie dann dem schnitt selber der sagt in welche richtung schaue ich und dann wird das ganze in der ansicht dargestellt das finden wir hier oben drin neben der hauptansicht der hilfsansicht die von irgendwo schräg drauf schauen kann haben wir hier den schnittverlauf und wenn ich darauf drücke dann steht unten erstmal klicken sie auf eine zeichnungsansicht und da stelle ich schon fest eine isometrische ansicht geht nicht das heißt wir brauchen noch andere ansichten also wir werden diese zeichnung aus und sagen wir möchten eine hauptansicht haben und zum beispiel eine drunter und jetzt werden die natürlich alle krumm und schief weil die alle von einer isometrischen ansicht geklappt werden das kommt manchmal vor je nach zeichnungs vorlage wenn wir diese ansicht auswählen finden wir hier diesen blauen würfel das ist ansichtsausrichtung und wenn ich dort mal drauf gehe auf den würfel dann sehe ich die verschiedenen varianten und üblicherweise ist es so meist ist die draufsicht direkt die ansicht oder die vorderansicht und jetzt sehen wir schon da die ansichten ja alle voneinander abhängen habe ich mit änderung der ersten ansicht zur vorderansicht automatisch hier glaube ich drauf das ist meine draufsicht die glaube ich rechts rüber das ist meine stern ansicht und da kann ich jetzt einen schnittverlauf bilden und sagen ich möchte an dieser ansicht beispielsweise einmal hier senkrecht durch schneiden das ist bloß der schnittverlauf den kann ich jetzt schließen und dann im nächsten schritt kann ich sagen ich möchte ein schnitt haben und da sieht man je nachdem wo die maus hingeht was rechts oder links jetzt muss ich schauen wo ich den hinschiebe das ist alles ein bisschen zu klein das blatt also ende ich die zeichnungsansichten auf 1 zu 2 und jetzt passt das auf mein blatt auch alles wieder drauf also jetzt haben wir hier den schnitt a das heißt ich trenne hier senkrecht durch und da sieht man auch das schraffierte und hier kann man klar erkennen dass die seitenteile zwischen boden und deckel eingesetzt werden und nicht seitlich davor gesetzt werden so jetzt wollen wir doch noch eine isometrische ansicht erstellen aus zum beispiel dieser seitenansicht und die machen wir auch lassen sie mal in der größe und als nächstes möchte ich dort eine stückliste einbringen die stückliste wie gesagt dient zur information von bauteilen von namen von bauteilen von materialien man hat hier direkt ein vorgefertigtes stücklistensymbol und unten wird gefragt erst mal auf welche zeichnungsansicht das ist dafür notwendig weil dort dann die positionsnummern angebracht werden also ich wähle die zeichnung aus und dann direkt kann ich schon irgendwo meine stückliste platzieren jetzt sehen wir verschiedene dinge hier einmal unsere pfeile zu den bauteilen hin dann sind die gezweiteilt da steht vier oben und eins unten das obere ist die positionsnummer und das untere das ist die häufigkeit wie oft das teil vorkommt jetzt sehen wir auch so eine gestrichelte linie einmal ringsherum und wenn ich mal diese position zumal anfassen und verziehen will dann läuft die immer auf lang entlang von dieser linie das ist eine hilfestellung für die platzierung wenn man viele positionsnummer hat wenn man die lieber frei wählen möchte wähle ich diese hilfslinie aus mit entfernen wird sie gelöscht und jetzt kann ich jede positionsnummer dorthin bringen wo ich gerne haben möchte ich kann auch den punkt verziehen wo ich es dann brauche also position 1 sehen wir ist der boden zwei ist die seitenwand die taucht zweimal drin auf sehen wir auch rechts an anzahl position drei ist die sternseite die taucht auch zweimal auf vorne und hinten und position vier ist der deckel wenn man sich die stückliste anschaut der teilnahme ist gut positionsnummer ist gut anzahl ist auch gut der autor ist vielleicht nicht ganz so wichtig und vielleicht interessiert mich viel mehr was wiegt jedes einzelne teil was wichtig die gesamte baugruppe zusammen und möglicherweise noch aus welchem material besteht das ganze das kann ich ändern indem ich mit dem rechtsklick auf die stückliste gehe und dann öffnet sich oben eine kleine kopfzeile und da ist sowas wie ein blättchen zum editieren da sind dann allgemeine sachen wie groß die stückliste sein darf wenn sie zu groß ist wird automatisch ein zweites blatt aufgemacht interessant ist hier die der reiter mit den spalten da ist nicht aufgelistet welche spalten der stückliste drin sind also positionsnummer dateiname den autor die spalte löschen normal die anzahl die lassen wir drin und hier unten finden wir alle möglichen spalten die man noch hinzufügen könnte da wäre vielleicht die masse also wenn der masse aus dazu das material ist vielleicht noch interessant fügen die spalte auch hinzu und jetzt haben wir eine erweiterte stückliste die schieben und jetzt sehen wir masse ist überall null kilo material ist überall nichts das liegt daran dass wir uns bisher bei der ganzen konstruktion noch nirgendwo darum das material und um das gewicht gekümmert haben das machen wir jetzt gleich im anschluss erst speichern wir mal das heißt also box und jetzt müssen wir in jedes einzelne bauteil gehen ich nehme mal meine gesamte box meine assembly gehe mit der rechten maus auf den boden öffne den jetzt gibt es verschiedene arten dem ein material zuzuweisen die eine möglichkeit ist ich nenne es mal oben die schwalbe und dann gehen wir unten auf info für die eigenschaften da gibt es dann die material tabelle und in der material tabelle kann ich jetzt aussuchen woraus das ist das sind vorgefertigte material tabellen mit metalle und metalle eisenmetalle verschiedene stelle dann noch mal verschiedene varianten mit stellen nicht stellen und auch andere wie zum beispiel hier kunststoffe und nummer stelle an titan oder man kann natürlich auch seine eigenen werkstoffe dann generieren machen wir das ganze mal aus irgendeine art von kunststoffen oder wir mischen es mal dass wir nachher auch den effekt sehen also der boden sei aus einer alle legierung da nehmen meine 60 61 t6 hier sieht man dann automatisch in welcher farbe das dargestellt wird und hier die material eigenschaften die dichte von etwa 2,7 wärmeleitfähigkeit zugfestigkeiten die werte werden jetzt zwar nicht direkt für unsere stückliste gebraucht aber wenn ich eine finite elemente berechnung mache im solid edge dann brauche ich irgendwelche grenzwerte wenn ich über prüfung machen möchte ob das bauteil überlastet ist oder nicht und dazu brauche ich hier irgendwelche limits angegelesen so hier unten kann ich sagen das ganze dem modell zuweisen man sieht das hat ein ganz kleines bisschen seine farbe geändert und wenn ich oben in der kopfzeile unter prüfen und eigenschaften schaue da sieht man da steckt jetzt auch der werkstoff drin da steckt die dichte drin hier sind dann auch so massenträgheitsmomente drin und das volumen und auch die masse das heißt eine weitere möglichkeit das material zuzuweisen ist anstatt über die eigenschaften direkt unter prüfen eigenschaften gehen und wenn ich dann jetzt hier ändern würde dann macht sich genau das gleiche fenster auf und ich könnte aus dem 60 61 70 75 aluminium nehmen das aktualisiere ich das schließe ich und wenn ich das ganze jetzt speichere dann sehe ich jetzt folgenden in effekt ich habe eine zeichnungs ableitung gemacht von meiner baugruppe in der baugruppe sind teile und eins von diesen teilen habe ich jetzt verändert zwar nicht maßlich aber immerhin mit einigen eigenschaften ich bekomme hier einmal ein warnfenster dass sich irgendwelche zeichnungs ansichten geändert haben dass sie veraltet sind und man sieht es auch jedes mal wenn ich eine zeichnung aufmache und hier so ein rahmen ringsherum ist manchmal ist er bloß mit dünnen linien manchmal ist er mit dicken ecken dann ist diese zeichnung nicht mehr aktuell und nicht mehr konform zu den modellen die dahinter liegt sind was muss ich machen hier oben gibt es ein knopf ansichten aktualisieren jetzt sind sie aktualisiert es ist immer noch nicht besser weil ich muss es auch noch speichern ja 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 ja